Dank des großen Wissens unserer spirituellen Schule werden globale Katastrophen gestoppt, die Ökologie der Erde verbessert, schwerkranke Kinder geheilt, Schicksale verändert, einsame Menschen finden ihren Seelenverwandten, übernatürliche Fähigkeiten werden offenbart, die heilende Gebete hervorbringen können. In unserer spirituellen Schule geschehen jeden Tag Wunder und auch du kannst Teil des Wunders werden. Leg alle deine Lehrbücher und Methoden beiseite, denn bei uns findest du Antworten auf alle Fragen, von den einfachsten, wie man richtig schläft, atmet und sich nach allen kosmischen Gesetzen ernährt, bis hin dazu, wie man eine schamanische Reise in der subtilen Ebene unternimmt, mit Außerirdischen kommuniziert, die Sprache der Tiere versteht und deine Gabe der Hellseherei oder Telepathie nutzt. Meine Liebe, indem du jetzt großes Wissen besitzt, die heiligsten Praktiken beherrschst und ein gutes Herz und edle Absichten hast, bist du einfach ein Magnet für gute Geister. Übe, freue dich, kultiviere erhabene Zustände und rufe alle Engel dazu auf, dein Leben mit den wunderbarsten Ereignissen zu füllen. Ich erfuhr von euren Methoden durch eine Freundin und schon nach der ersten Praktik war ich begeistert. Nach nur 10 Minuten einer Praktik verschwand eine 20 Jahre alte Verletzung aus meinem Herzen. Ich folgte weiter eurer Methode und ein paar Tage später machte mein Liebster mir ein riesiges Geschenk, die Schlüssel zu einem Raum für meinen Ökoladen. Von ganzem Herzen danke ich euch. Hier stehe ich jetzt in meinem Traum, dem Ökoladen. In drei Tagen ist die Eröffnung. Ich werde allen meinen Kunden von euch erzählen. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020